Hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Übungsvideo zum Essverweis. Ich erkläre euch nochmal, wie man den Essverweis benutzt. Ich habe zu dem Thema auch schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch hier oben, das könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Und jetzt geht's los. Wir starten mit unserem Beispiel Eiskaffee Roma. Ich kriege schon wieder Lust auf Eis mit verschiedenen Eisbechern und verschiedenen Preisen, je nachdem, ob es Klein, Mittel oder ein großes Eis ist. Ja, was sollen wir jetzt machen hier unten? Da seht ihr das schon, ich soll entsprechend etwas bauen, wo ich dann einfach die Nummer eingebe, 1, 2, 3, 4, 5 und dann spuckt er mir die entsprechenden Parameter aus. Also was ist das für ein Eis und was kostet das in den verschiedenen Größen? Also der Essverweis ist quasi einfach eine Suchfunktion. Und das probieren wir doch jetzt einfach mal aus. Das heißt, das Feld hier bleibt frei. Ich will ja quasi da gleich was eingeben. Das ist quasi mein Suchkriterium. Und klicke hier mal drauf, Doppelklick, Gleichheitszeichen und ich mache es jetzt mal händisch. Wir machen es zum Schluss auch noch mal mit dem Funktionsassistenten. Das zeige ich euch auch noch mal. Aber damit ihr jetzt hier gut aufpasst, schreibe ich das Ganze jetzt mal hier rein. Also S-Verweis, ja, das ist ja die Funktion, Klammer auf. Und dann seht ihr schon, hier wird er mir angezeigt. Suchkriterium, das ist ja hier die Nummer, also B14. Ja, das ist der Parameter, der enthält den Wert oder Zeichenfolge, nach der ich suche. Das ist ja entsprechend die Nummer 1, 2, 3, 4, 5, die ich dann eingebe. Und hier wird das dann eingetragen. Also B14, Semikolon. Jetzt kommt die Matrix. Und an der Stelle gebe ich den Bereich an, in dem die Daten liegen. Und das mache ich doch mal. Das kann ich hier schön markieren. Zack. Ja, es wird immer mit dem Doppelpunkt ausgegeben, weil es ja ein Bereich ist. Also B5 bis F9, in dem Bereich sucht er. Das ist meine Matrix. So, und jetzt kommt der Spaltenindex. Der Spaltenindex ist was? Ich bin jetzt hier im Bereich Bezeichnung. Das heißt, wenn ich hier nochmal in die Matrix gehe, ist das nicht die erste, sondern die zweite Spalte. Die zweite Spalte Bezeichnung. Deswegen gebe ich da eine 2 ein. So, und jetzt seht ihr noch in Klammern Bereich Verweis. Ja, also das ist so, das ist optional. Deswegen müsst ihr das nicht unbedingt hier eingeben. Also soll das Ergebnis exakt oder nur ungefähr übereinstimmen. Also mit 0 oder falsch, da wird nach dem angegebenen Wert gesucht. Und 1 oder war lässt auch andere Eingaben zu und liefert dann den nächst kleineren Wert. Und wie gesagt, das ist optional. Wenn ich die Stelle freilasse, wird automatisch als 1, als Standard angenommen von der Funktion. Ich lasse es jetzt mal frei. Mach da mal jetzt ein Klammer zu. Und ihr seht, okay, es passiert nichts. Warum passiert nichts? Ja, weil hier nichts steht. Wenn ich jetzt hier eine Nummer eingebe, sagen wir mal, ich nehme die Nummer 3, dann hoffe ich, dass jetzt Florentina da steht. Und das tut es auch. Also, was ist passiert? Ich habe das Suchkriterium eingegeben, die 3, und er hat quasi hier in der Spalte 2 gesucht. Okay, wo ist das? Jawohl, 3, Florentina. Wunderbar, perfekt. Jetzt sind wir aber noch nicht fertig. Denn, was machen wir denn jetzt? Wir gehen nochmal hier rein. Und was jetzt ganz wichtig ist, wir fixieren das Ganze. Und zwar, wie machen wir das? Mit F4. Diese berühmten Dollarzeichen hier. Warum das Ganze? Wenn ich das gleich verschieben möchte, dass ihr auch wirklich diese Bereiche fixiert. Das ist ganz wichtig. Also, Suchkriterium und die Matrix an der Stelle bleibt ja quasi gleich. Also, wenn ich das jetzt verschieben würde, dann laufe ich die Gefahr, dass das quasi komplett das Suchkriterium und die Matrix verschiebt. Denn B14 bleibt immer gleich. Ich gebe immer in B14 eine Zahl ein. Und der Suchbereich hier, die Matrix, bleibt auch immer gleich. So, was mache ich jetzt? Ich kann jetzt hier unten auf dieses Kreuz gehen und das Ganze hier quasi reinkopieren. Und was passiert jetzt? Überall steht Florentina. Warum steht überall Florentina? Ganz einfach, wenn ich jetzt nochmal hier reingehe, bei Klein, bei dem Preis, dann sehe ich, okay, ist alles gleich geblieben. Ich habe ja die Dollarzeichen gemacht. Die 2 hat er auch mit übernommen. Ja, aber das ist das Problem. Ich suche ja nicht mehr jetzt in Spalte 2, sondern im Preis, kleines Eis, in Spalte 3. Das heißt, ich mache die 2 weg, gebe die 3 ein, drücke Enter und ihr seht 2,65 Euro. Das Ganze kann ich jetzt gleich noch ändern auf Dollarzeichen, mache ich zum Schluss. Aber erst mal hier mittlerer Preis, also da mache ich die 4 und hier mache ich die Spalte 5. Und siehe da, wunderbar, passt alles. Wie gesagt, das machen wir noch schnell als Eurozeichen. Hier oben könnt ihr das dann quasi einstellen. Währung, wunderbar, passt. Nochmal die Probe auf Exempel. Ich gebe mal ein paar andere Nummern ein. Nehmen wir mal die 2. 2, Venezia, auch die richtigen Preise, passt, seht ihr hier oben. Und machen wir noch die 4. Und halt so schön, machen wir noch die 5. Das Spaghetti-Eis, mein Lieblings-Eis. So, also ich habe euch versprochen, Funktionsassistenten gucken wir uns auch nochmal an. Also wenn wir das jetzt hier Ganze weglassen, wir löschen das nochmal. Also ihr könnt das Ganze auch hier oben mitlösen, mit dem Funktionsassistenten. Seht ihr schon, die Funktionen werden angezeigt. Die standardmäßigen könnt ihr auch hier oben nach suchen. Ich klicke auf S-Verweis. Und da zeigt er mir auch nochmal diese Dinge an, die ich euch gerade erklärt habe. Suchkriterium. Ja, das war ja in unserem Fall hier B14. Kann ich jetzt auch quasi draufklicken. Ja, dann wird es mir schon angezeigt. Drücke auf OK oder brauche ich gar nicht auf OK drücken. Ich kann hier schon direkt die Matrix eingeben. Da müssen wir mal gerade gucken. Das war dieser Bereich hier. Kann ich auch markieren. Seht ihr das schon? Ist auch schon mit drin. Und den Spaltenindex, das war Spalte 2. Drücke ich auf OK. Ja, Bereich Verweis, wie gesagt, war ja optional. Deswegen ist das auch hier nicht fett markiert. Und standardmäßig wird immer eine 1 eingegeben. Ist jetzt eigentlich egal, was ich hier eingebe. Wo ich eine 1 eingebe oder eine 0, müsste beides dasselbe rauskommen. Und seht ihr da? Spaghetti Eis. Wunderbar. Passt. Also so könnt ihr das Ganze auch lösen. Genau. Wunderbar. Falls ihr jetzt noch Fragen habt zum S-Verweis oder noch Wünsche habt zu Excel. Ja, bestimmte Videos oder auch zu anderen Themen. Schreibt mir doch gern in die Kommentare und abonniert diesen Kanal. Ich würde mich riesig freuen. Ihr unterstützt meine Arbeit damit. Und ja, lasst noch ein Like da, wenn ihr mögt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Euer Herr Gerold. Tschüss.